In 90% der Fälle löst ein Computer-Neustart dein Computer-Problem. Aber aufgepasst, es gibt eine richtige und eine falsche Art, dein Computer neu zu starten. Lass mich das genauer erklären. Der Hauptgrund, warum ein Neustart so viele Probleme löst, ist, dass er den kompletten Inhalt des Arbeitsspeichers, den RAM, löscht. Wenn du an deinem Computer arbeitest, laufen im Hintergrund verschiedenste Prozesse. Diese Prozesse erstellen temporäre Cache-Dateien, die deiner Software helfen, Informationen schneller zu laden. Du kannst dir das wie Post-its vorstellen, die dein Computer nutzt, um die Original-Daten schneller zusammenzustellen. Ein Neustart löscht all diese temporäre Dateien und führt zu einem frischen Windows-System. Aber was ist nun ein richtiger Neustart? Ist es Neustarten? Herunterfahren? Oder ist es egal? Intuitiv denkst du wahrscheinlich, dass Herunterfahren ein umfassender Prozess ist und deswegen auch alle Windows-Prozesse geschlossen werden. Das ist jedoch nicht so. Dein Neustart schließt alle Prozesse. Vor einigen Jahren führte Microsoft mit Windows 8 das Schnellstart-Feature ein. Der Schnellstart wurde zum Standard in Windows und er ist wahrscheinlich auch bei dir aktiviert, ohne dass du darauf geachtet hast. Der Hauptblick davon ist, wie der Name schon sagt, wertvolle Sekunden beim Hochfahren deines Computers zu sparen. Das geschieht, indem einige System-Dateien und Treiber während des Herunterfahrens in einer Ruhezustandsdatei gespeichert werden. Beim Wiedereinschalten eures PCs werden diese Dateien einfach wieder in euren RAM geladen und euer PC kann so schneller hochfahren. Bei einem Neustart wiederum werden alle Geräte, Dienste und Treiber von Grund auf neu initialisiert und ihr startet mit einem frischen Windows. Da der Schnellstart keine frische Sitzung lädt, sondern nur die alten Daten wieder in den Arbeitsspeicher schreibt, kann es auch sein, dass einige Probleme einfach wieder im Arbeitsspeicher landen. Das führt dazu, dass auch nicht alle Probleme beim Herunterfahren gelöst werden. Wenn du möchtest, dass dein PC wieder richtig herunterfährt und alle möglicherweise beschädigten Cache-Dateien auch gelöscht werden, dann kannst du den Schnellstart einfach deaktivieren. Das ist besonders sinnvoll, wenn du einen neueren PC mit einer SSD-Festplatte besitzt. So wirkt sich diese Einstellung nämlich kaum auf deine Startzeit aus. Um ihn auszuschalten, gehen wir hier unten einmal auf das Windows-Symbol und geben ein Energiesparplan auswählen. Wir drücken hier einmal drauf und finden hier auf der linken Seite auswählen, was beim Drücken vom Netzschalter passieren soll. Wir finden nun hier Schnellstart aktivieren. Wenn das über mir ausgegraut ist, einfach hier oben draufklicken, dann wird das Ganze aktiviert. Wir können den Haken hier rausnehmen und ganz wichtig, hier unten noch auf Speichern drücken, damit das Ganze übernommen wird. Ja, und das war's. Nun musst du dir keine Sorgen mehr um einen sauberen Neustart machen, denn jedes Mal, wenn du deinen PC herunterfährst, wird es sich wie bei einem Neustart verhalten. Probier es also einfach selbst einmal aus. Wenn dir das Video geholfen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn dich jetzt noch interessiert, wie du deinen PC innerhalb von nur 5 Minuten schneller machen kannst, dann schau dir einfach mal dieses Video hier an.